Das heißt, wir werden unter der Brücke Halt machen. Oh, wir sind jetzt einer ausgestiegen. Machen unter der Brücke Halt und machen weg. Servus. Servus. Okay, da steht schon mal. Sehr schön. Gehen wir hier einfach von hinten rein, suchen den hier von Valleys. Kann mal einer die Gebäude da abchecken. Das wäre super. Machen, brauchst du mein Funke oder wie? Eine normale Granate. Heißt nicht? Wir haben Fragezeichen. Machen, mein Rally ist auf Konto. Du hast keine Ahnung, ich sehe es nicht wegen meinem Rally. Okay. Wir cappen schon. Okay, Jungs, wir rücken ab. Die können das auch ohne uns cappen. Hier ist kein Feind mehr. Wir gehen zur westlichen Bretonbrücke. A Taylor, bleibt mal bitte auch vorerst beim Rest, dass wir sicher die Rallys durchkriegen. Dann kannst du gerne MSPs suchen. Drei, zwei, eins. Okay, neues Rally steht. Wir pushen einfach rein. Setzt euch überall in die Häuser. Die Klose packen, Mathieu. Ich stehende Brücke bei einem Parkbruch. Der ist gelöscht. Okay, das ist gut. Trackmark war gerade einer. Achtung, wir haben Scharfschützen ganz hinten am Wasser. Ganz rechts, ich. Danke. Bei mir ist ein LKG. Notch hier. Notch hier auf Attack Mode. Scharfschütze ist down. Hab den Lodgy rausgeschossen. Boah. Jetzt fährt er weg. Oh, hier ist noch ein zweiter Lodgy. Sehr spannend. Ach, das war knapp. Lodgy auf Fragezeichen. Mensch, waren da viele. Sogar eine Pack. Ach ja, genau. Wo Weißwurst ist. Das will ich. Ja. Genau das will ich. Das habe ich auch gerade gefunden. Dann müssen wir nur noch den kompletten Punkt zusammenschießen. Ach, drauf da. Der Punkt ist aber nicht einsehbar. Ach so, das ist falsche Layer. Ach so, das ist falsche Layer. Wir müssen weiter vor. Wir müssen weiter vor. Wir müssen weiter. Äh, falsche Layer. Hallo wieder und äh. Sonnach, ich bin mit dir gegangen. Ja, wir können uns mal ein bisschen aufteilen. Was ist denn für Gläser? Ich glaube, wir sind noch nicht bei Warn. Ja, Junge, du bist einfach Blut. Ja, ihr müsst mal umdrehen alle. Ja, kommt ja nicht weiter. Wir hängen alle im Face. Okay, durchgecappt. Sehr schön. Hat es doch geklappt. So, Jungs. Die haben jetzt noch, wenn ich gleich das Rallye setze. Bitte nicht spawnen jetzt. An dem alten Rallye. Die haben noch ein paar Minuten. Kommande, da ist einer bei dir. Wir pushen trotzdem einfach knallhart in den Punkt rein und spawnen können. Ja, aber der ist ja gar nicht verboten, oder? Nö, ist nicht verboten. Warum sollte es auch verboten sein? Also ich hoffe, es ist nicht verboten. Einfach rein, pushen, spawnen können. Dann haben wir den Punkt schon relativ safe. Das ist nämlich sonst auch super ekelhaft. Ha, super. Ei, 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 ei. Hey. Ah, danke. Sorry. Da im Fenster. Rechts war jemand. Also, wir haben hier einen Spawn gefunden. Einfach hier drauf aimen. Auf dem Movemarker. Ich ziehe euch mal noch einen MSP nach. Ich setze gleich den Point of Interest, wo das hinkommt. Wir haben einen Spawn-Point. Einfach draufhalten. Ich schub bitte. Ist nicht die schöne und nette Variante, aber... Okay, ich schub bitte. Ich schub bitte. Ist nicht die schöne und nette Variante, aber... Gut, klar. Ja. Alles klar, verschwunden. Ich hole dich, Squad Leader. Danke dir. Ja, was ist denn bei euch passiert? Die mögen das schon nicht so. Ah, nee. Die mögen sie nicht. Versucht einfach so schnell wie möglich wiederzukommen. Uh, sorry, sorry. Die Lanzer war auch nicht, ne? Die wollen wir spawnen. Danke dir und bei mir verkaufen! Ein Massaker. Leute. Ja! Ja auch noch einer, aber... Ja... Wenn wer was mit Sprengstoff hat, beim Top-Mark, habe ich schon vorhanden. Vorsicht, hier Schlafschützen. Boah, haben wir nen Schützen? Ich hab mich schon abgeschossen. Und bei Graveyard ist Infanterie, also... Ja, du bist jetzt aktiv. Au. Oh. Warte, ich stehe. Vier Schuss drauf, auf dem Top-Mark aktiv. Oh, fuck. Ähm, habt ihr mir verraten, wie ich das überlebt habe? Ich stand auf euch drauf und bin nicht gestoppt. Teter, Teter. Dann mach unser Rallye frei. Dann mach unser Rallye frei. Ich bin tot. Alter, schneller, der hat mich drauf gehalten. Scotty, du könntest dich mit dem Atelier aus dem Maschinengewehr treffen. Oder du nimmst den Funker von 6. Hm, das... Mir gefällt das Rallye fort. Ist alles gut. Ah, ist wieder frei. Vergiss es. Wieder heiß. Ich glaube, die haben das langsam gefunden. Wir müssen ja in der Kathedrale einen Spawn haben, glaube. Ich glaube, wir sind gleich durch. Sehr gut. Ich glaube, wir sind hier mit Koppelkirk. Ähm, ja. Ich glaube, ich muss... Koppelkirk reinlaufen, bitte. Sag mal. Äh, äh, meine... Sunny, die Brett, meine Position in dem Haus ist drin. Ist ein Fanny und Freddy. Und da sind sie auch drin. Da sind noch welche drin. Ja, da sind welche drin. Versuch da reinzulaufen. Wer jetzt hier alles mit ist. Wir machen dasselbe Spiel wieder. Da hast du ja gar nicht aus Stellung beziehen. Ja, ich bin von hinten abgeknallt. Die rennen wieder in das Haus rein. Also, ich hab dann Rallye auf jeden Fall gesehen. Ich weiß halt, ob es eins von unseren ist. Oder im Gegner. Auf jeden Fall war da auch Feind. Dann Rallye zerstört. Ich hab's jetzt auf jeden Fall gesprengt. Okay, aber so ist noch einer. Nein, jetzt bin ich da unten. Auskoschen, ich bin ganz oben. Vielleicht ist es wieder oben. Ich glaube, das Weidverteidigen ist besser. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Eigentlich rum. Die kommen alle von Train Station runtergelaufen aus dem Norden. Die pushen mich hier. Oder wollen selber hier rein. Hey, die pushen mich. Na ja, ich kenn' nicht. Warte, bin ich hier. Ach, hab ich. Gigi, Gigi, Gigi. Gigi, 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 Gigi. Stange euch, Jungs. War ne lustige Runde. Ja, auf jeden Fall. Das war geil, ja. Aber die Statistik spricht für sich. So eine Runde, Junge.